Maurits Hey, Paule Pauliken Karlsruhe Tollhaus, wir sind das erste Mal in Karlsruhe Und das erste Gozer für 2019 Richtig Wir haben uns eineinhalb Monate fast nicht gespielt oder doch eineinhalb Monate Jetzt sind wir wieder da und machen wieder Schabernack Das ist was wir am liebsten machen Michi, was geht eigentlich hier ab? Was ist hier los? Ja, hier ist nichts mehr los Hast du dir einfach gedacht, einfach mal hier Weißt du, manchmal muss man einfach einfach mal Sachen gehen lassen So wie Figuren Also ich find's nicht scheiße Ich find's okay Ich find's auch okay Ich dachte, es steht mir besser Ja, du hast es ja auch heute den ganzen Tag versteckt Ich hab's nicht einmal gesehen Ja, ich bin froh hatte den Überraschungsmoment auszukosten Das ist echt ein Überraschungsmoment Vor allem du immer mit deiner Mähne Und jetzt auf einmal hier Kalkschoren Du hast 2018 einfach nicht viel mit mir geredet Das wollen wir 2019 wieder ändern Für morgen lass ich mir was einfallen Heute ist mir nix eingefallen Aber für morgen hier, okay Alles Gute, viel Spaß, bis gleich Wann kommt der Recap, wann kommen die Livestream Ja, in 3, 2, 1 Ah! So at night, we feel alive Our time was up We wanna miss the death Our lives are fine Like the cliffs is gonna run away Calmly so it's on the phone Something feels wrong We wanna miss the death That this feels right Like the cliffs is gonna run away Leute, was los Ich bin's Moritz Mit der langweiligen Stimme Heute ist mein Amp kaputt gegangen Na, was gibt's bei euch Neues? Und dann lei ich mir den Amp aus Von Cadet Carter John Bauer Mit den crazy Frickelhaaren Gibt mir ein Amp Klingt genau gleich wie meiner Nur hat ungefähr 1.300 Euro weniger gekostet Und passt in meine Hosentasche So ne Kacke Jetzt frage ich mich Musste ich denn so viel Geld ausgeben für ein Amp? Ja, musste ich Und werde ich auch wieder tun Denn ich bin's Moritz mit der langweiligen Stimme Wir sehen uns, bis bald Leute Bleib sauber Nehm Drogen